So, jetzt bin ich hier doch tatsächlich mal alles im Gestrupp runtergekraxelt. Hier ist irgendwie eine Ruine. Keine Ahnung, was das mal war. Aber, wie ihr seht, sehr gestrupp. Ich habe versucht, irgendwie ans Wasser ranzukommen und das so ein bisschen einzufangen. Aber da kommt man halt schlecht ran. Zumal man hier auch überall drüber muss. Also, da ist das Wasser. Ich hoffe, man erkennt was. Da kommt ich jetzt natürlich hier sehr schlecht hin. Das ist jetzt hier, glaube ich, irgendwie Reichenbachtal, nennt sich das irgendwie. Und da war auch auf der Karte so Wasser eingezeichnet. Huch, da laufen ja Hunde rum. Wo kommen die denn her? Die wollen zum Wasser, oder wie? Aber erkennt man jetzt natürlich auf der Kamera nicht so gut. Da drüben scheint schon wieder ein Weg zu sein. Und da ist sie, die Sonne. So, dann werde ich wohl mal in dem ganzen Gestrüpp hier wieder hochkroxeln. Da hinten geht es ja noch alles weiter mit dem Wasser. Aber da kann ich jetzt natürlich nicht hin und filmen. Sieht man jetzt natürlich leider nichts. Und da geht es natürlich auch so mit dem Wasser. Und da geht's. Vielen Dank.